Haben Sie Ware in Ihrem Haushalt, die Sie nicht mehr brauchen und dennoch gut erhalten ist? Geben Sie es weiter. Die Heißarmee Brocki braucht Gebrauchtes. Ihr Gut ist gut für andere. Bringen Sie Ihre gebrauchte Ware in die nächste Heißarmee Brocki. Bei der Warenannahme helfen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne beim Ausladen. Vielen Dank für Ihre Warenspende. Mit Ihrer Warenspende helfen Sie Menschen, die am Rand der Gesellschaft leben. Und schonen die Umwelt. Bis bald, Ihre Heißarmee Brocki.